es gibt gute und es gibt schlechte neuigkeiten zu kingdom come deliverance 2 beziehungsweise gibt es eigentlich nur gute nachrichten und eine schlechte wir wissen endlich das release datum das release datum sei nicht mehr dieses jahr wir wissen über andere sachen ein paar neuigkeiten über den gameplay reveal der auf der gamescom stattfindet über die spielbare demo die collectors edition ersten richtigen previews von der presse und einige hands-on impressions von anderen content creators und noch ein paar mehr kleinigkeiten bevor wir damit so richtig durchstarten will ich noch kurz über meinen kooperationspartner holy sprechen mit den arbeit ich ja schon eine weile zusammen bin übrigens in der hitze jeden tag froh über diese kooperation weil ich von denen ja immer schöne eistees bekomme hier bin ich auf der webseite von holy und der kategorie eistees weil ich geschaut habe ob die neuen sorten schon da sind diesen monat gibt es wohl zwei neue sorten von holy die ich jetzt schon nach hause geschickt bekommen habe ganz nett die schmecken mir auch sehr gut aber die sind leider nicht auf der webseite deswegen weiß ich gar nicht ob ich darüber sprechen darf jetzt kein großes geheimnis aber ich wahrscheinlich vielleicht darf ich die sorten noch nicht nennen mein tipp für neueinsteiger wenn ihr holy noch gar nicht kennt ist immer noch diese starter sets gibt es für energy für eistees und hydration könnt ihr euch aussuchen was euch am besten schmeckt ich empfehle immer die eistees die schmecken mir am besten die hydration drinks sind auch gut gerade im sommer und vielleicht wenn man auch noch sport macht persönlich bin ich nicht so ein großer fan von den energy drinks einfach aus dem grund weil ich mit energy drinks nicht viel am hut habe der geschmack ist ziemlich cool und die sorten sind ziemlich geil das heißt wenn ihr energy drinks mögt ist das vielleicht das richtige für euch aber mein tipp wäre eben eistees oder hydration drinks alle drei sorten sind natürlich ohne zucker und künstliche aromastoffe das auch business besondere bei holy und wenn ihr das jetzt mal ausprobieren wollt findet ihr unten in der beschreibung ein link oder oben auch als anmerkung und wenn ihr in der kasse im shop noch mein code martin fünf verwendet bekommt ihr als neueinsteiger als neukunde fünf euro extra rabatt oder wenn ihr schon kunde seid martin 10 für zehn prozent auf eure gesamte bestellung und in den nächsten tagen wie gesagt sollten ja eigentlich auch die eistees auftauchen von denen ich schon weiß dass die gibt und die ganz lecker sind aber zurück zu king dem kamen deliverance 2 für das rahmen einfach mal das offizielle video nehmen was warhaus studio veröffentlicht hat da kann ich ein bisschen dran entlanghangeln und ein paar zusätzliche informationen dann jeweils geben präsentiert das ganze von toby dem pr-manager von warhaus studio super sympathischer typ übrigens hey guys it's me toby from warhaus studios and today is the day where we will be finally able to reveal the release date of kingdom come deliverance 2 we aim for the end of the year and das release datum von kingdom come deliverance 2 ist auch ein zungenbrecher irgendwie vielleicht sage ich nur casey d2 war bisher ende des jahres was sie vor ungefähr vier monaten was glaube ich angekündigt hatten aber almost made it almost is not good enough though so unfortunately we slip to 2025 also wir schaffen das release datum dieses jahr nicht mehr so schiebt sich auf 2025 was ist nicht ganz so schlimm wie es zuerst klingt however at least we have a real precise release date now which is 11 of february 2025 the anniversary week of kingdom come deliverance also der 11 februar 2025 müssen nicht allzu lange warten was zufälligerweise oder vielleicht auch nicht zufälligerweise auch die geburtstagswoche von casey die 1 ist but this is just the start see it as a marathon to the release and there's a lot of big things happening from now to the release ja also es kommen noch eine menge sachen sie sind in den letzten wochen auch wahnsinnig umtriebig veröffentlichen eine menge news und details und zu den voice aufnahmen und 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 das meistens nicht gecovert weil es immer so viele kleinigkeiten waren vielleicht mache ich noch mal ein größeres zusammenfassungsvideo zum aktuellen stand obwohl es gibt gerade so viele neuigkeiten ich glaube ich beschränke mich eher auf die weil sie haben jetzt für die zeit bis zum release eine menge geplant aber auch gerade für die nächste woche oder die nächsten zwei wochen kommt ja auch die gamescom und da sind sie auch vertreten for one we would like to invite you of course the opening nightlife on the 20th of august with jeff keeley's world premiering another casey to trailer showing you the latest and greatest about the game also in der eröffnungsnacht von der gamescom das sieht man hier in einem anderen bild in diesem in dieser übersicht hier da gibt es halt ein gameplay teaser das ist noch nicht so groß and the pre orders are opening so if you want to get the game prepare your grotians that is your time und die vorbestellungen sind ab jetzt möglich ich habe auf diesem kanal bisher zu zwei spielen eine vorbestellung empfohlen für das sehr sehr selten das war zu baldos gate 3 und zu shadow of the earth 3 dem dlc zu elden ring mit beiden fühle ich mich auch im hinter hinterher aber noch sehr wohl dass ich das empfohlen habe weil das einfach top spiele waren weil ich auch das gefühl habe dass das faire angebote waren auch kein bullshit drumherum ich erwarte dass casey die zwei ein absolut fantastisches spiel wird gerade sagen das ist neben shadow of the earth 3 mein lieblingsspiel das am heißesten erwartete spiel von mir dieses jahr ist ja nicht mehr dieses jahr also auf jeden fall einmal highlights nächstes jahr auch werden ich erwarte dass das absolut fantastisch wird das erste spiel ist einer meiner absoluten lieblingsspiele das einer der besten rollenspiele aller zeiten aber es hatte einige technische probleme zum start und ich muss jetzt sagen erstmal war diese ankündigung die sie jetzt vor vier monaten gemacht hatten dass es noch dieses jahr erscheinen sollte relativ knapp das hat mich damals schon gewundert meistens sind ankündigungen so eher ein anderthalb jahre im voraus das war relativ kurzfristig jetzt verschiebt es sich ein bisschen nach hinten und das ist weder zwangsläufig ein gutes noch ein schlechtes zeichen zeigt einerseits dass sie mit ihrem eigenen zeitplan nicht ganz hinkommen dass da ein paar kleinere probleme gibt oder andere gründe warum sie es verschieben und andererseits zeigt es aber auch dass sie sich bestimmter fehler bewusst sind und die zum release ausmerzen wollen und das nicht auf gedeih und verderbt zu einem bestimmten datum rausbringen wollen sondern dass vielleicht die qualität besser ist das gibt sich so ein bisschen die waage im endeffekt ändert sich für mich nicht so viel an meiner einschätzung durch diese verschiebung aber wir wissen casey die 1 hatte zum start einige technische probleme ich glaube dass sich das warhouse studios da massiv weiterentwickelt hat sie sind größer geworden sind erfahrener geworden ich denke dass casey die zwei in den deutlich besseren zustand auf den markt kommen wird als casey die 1 obwohl ich auch damals casey die 1 schon vor release gespielt habe und trotz der technischen probleme absolut begeistert war aber es könnte trotzdem sein und ich erwarte dass es zumindest ein paar kleinere problemchen geben wird aus diesem grund empfehle ich bei casey die zwei nicht vorbehaltlos eine vorbestellung also ich werde wahrscheinlich als content created ein key bekommen auch ein bisschen vorab zugang wie das meistens so ist deswegen muss ich mir diese frage nicht unbedingt stellen aber ich persönlich würde casey die zwei durchaus als vorbestellung in betracht ziehen aber ich kann das nicht jedem empfehlen wartet da einfach mal die entwicklung ab natürlich ist bei mir auch viel sympathie dabei und ich kann auch gut verstehen wenn man sagt ich möchte studie unterstützen und diese art von spiel und deswegen möchte ich schon eine vorbestellung abgeben ich will euch davon auch nicht abraten aber bisschen vorsichtig sollte man schon sein get the game on pc xbox series and playstation 5 of course but there's more on the 21st of the first day of gamescom there is articles dropping we had a little preview event going on in kutna horra ok das erwähnt er jetzt zuerst am 21 kommen die ersten artikel von der presse raus die halt schon previews schreiben dürfen es gab ein kuttenberg event was ja auch in der stadt dargestellt ist als stadt in der stadt im spiel was im spiel auch als stadt vorkommt so rum und da kann jetzt die presse schreiben und zwar noch content creators eingeladen die ebenfalls jetzt first impressions davon zeigen können ich euch mal ein paar kurz paar coole screenshots zeigen also das am 21 august press preview hands on impressions und das richtig coole fand ich dabei dass die screenshots aus dem spiel genommen haben haben das so schön ausgedruckt auf so eine leinwand und dann in der stadt gezeigt wo sich die realen gebäude befinden dass man so ein bisschen vergleichen kann wie sieht das in der realität aus und wie sieht es im spiel aus das ist dann schon sehr sehr cool das war auch schon beim ersten toll wo man solche das kloster sich mal anschauen konnte oder andere gebäude aus dem spiel und wie die im echt aussehen hier sieht man das auch noch mal und davon haben sie einige gehabt hier sie hat eine ganze galerie davon von diesen screenshots und über die stadt verteilt wirklich coole idee und zeigt einfach wie viel detailverliebtheit in diesem spiel steckt das hat man damals schon gemerkt und das äußert sich an so vielen stellen das äußert sich eben eine architektur das äußert sich in der geschichte also geschichte sowohl die narration im spiel die persönliche geschichte von henry aber auch natürlich der geschichtliche hintergrund all das war wirklich toll in casey die und das erwarte ich dass es genauso toll in casey die zwei sein wird work one of the places of casey where media from all around the world were able to play the game already and they will give you first hand impressions which fingers cross will be amazing and they will drop on the 21st for you to read and get your impressions there as well also das wird auch natürlich ein wichtiger baustein sein für eure meinung und auch für meine meinung ob sich das wie was man von dem spiel halten soll ich habe da keinen zweifel daran dass es toll wird aber wenn man halt mit dem vorbesteller gedanken spielt ist das natürlich ein guter hinweis obwohl eben gerade bei solchen sachen auch immer noch nicht unbedingt die technischen probleme so in den vordergrund drücken wenn es dann auch irgendwelche bugs gibt oder irgendwelche kleinigkeiten manchmal auch großigkeiten das wort gibt es nicht aber das sieht man nicht unbedingt bei so einem anspiel event das gab es ja bei casey die einst damals auch im vorfeld of course play the game at gamescom if you are around das ist natürlich das nächste große wenn ihr bei der gamescom seid das sieht man hier auch gibt es eine spielbare demo in der halle 9 vom 21 bis 25 august könnt euch also da auch vor ort selber eine meinung bilden und das natürlich auch sehr cool spielbare dem ist immer toll sind natürlich geil wenn sie die auch irgendwie auf steam veröffentlichen würden aber damit darf man nicht rechnen but what is really great is that and also on the 21st we are revealing releasing a full 25 minutes gameplay trailer with almost no there is a few cuts but it's almost no cuts so 25 minutes of pure kcd awesomeness to delve into to analyze to really get a great feel about the game and how it plays and how it looks ja der hat gesagt ungefähr 25 minuten 20 plus minuten auch am 21 august mit relativ wenigen cuts das ist ja auch mal wichtig das fehlt mit zum beispiel so bei solchen sachen wie dragon age origins wollte ich gerade sagen ich sage immer dragon age origins bei dragon age valeguard mit damals auch gefehlt bei starfield weil wenn man mal wirklich so eine lange szene am stück hat ist das sehr wichtig um wirklich ein gefühl für das pechsen zu bekommen für die schwerpunkte im spiel ich hoffe dass sie im gegensatz zu dem starfield damals wurde auch jetzt zu dem gameplay video von dragon age valeguard mir auch wirklich mal dialoge mehr zeigen auch quests oder wo ich auch selber entscheidungen treffe weil das war dann im nachhinein die ganz große schwäche von starfield dass die quest eben nicht so cool waren oder ich persönlich mochte sie nicht und das writing und das befürchte ich ebenfalls bei dragon age valeguard wo ich sehr sehr skeptisch bin und was bei casey die eins eben absolut fantastisch war so so gut das writing sowohl von den dialogen von der geschichte von den quests von den historischen hintergründen von zufälligen gesprächen und so weiter also alles ich bin einfach ein riesen fan von casey die und ich erwarte dass es in casey die zwei genauso sein wird aber für sowas ist es auch wichtig mal an cut gameplay zu sehen und ich hoffe dass sie vor allem auch diese sachen wirklich im gameplay trailer zeigen dass sie nicht nur 25 minuten klopperei zeigen weil sicher ist das cool und das sieht auch schön aus das haben wir aber auch schon gesehen und das ist auch wichtig für das spiel sehr wichtig und das andere ist halt noch wichtiger deswegen lege ich da sehr viel wert drauf und hoffe dass das so sein wird und dann ist dieser bad boy da lassen wir erst mal ausreden aber bad boy trifft es ganz gut das ist die collector's edition ich hoffe man muss nicht ein minispiel machen um die aufzumachen weil dann könnte es schwierig werden dann vor allem wenn man es mit dem gamepad machen muss i can't tell you yet what's inside but on gamescom we will reveal everything don't worry und das ist auch gemein sie werden erst auf der gamescom zeigen was genau drin ist aber man sieht schon die ist groß ja die ist nicht nur breit sondern die ist vor allem auch tief bin sehr gespannt was sie da dann wie revieren werden auf der gamescom clean income deliverance 2 ist a community driven franchise it always has been and it will always stay like that so we wanted to tell you firsthand and also meet you if possible so if you're around come to gamescom come to pax west tokyo game show posnan game arena all those events we will be there if you are around come and give us your high fives and let's talk let's meet that would be really great if you can't then at least check the social medias we have many fun things and entertaining things planned from now till the release so get your dose of kcd2 there and find the latest and greatest things that's pretty much it so thank you very much for being with us without you we couldn't be here see you in bohemia 1403 stay vigilant guys and don't forget our dentist fortuna you what das stimmt sie veröffentlichen auf ihren social media kanälen viele coole sachen screenshots fotos kleine andere teaser irgendwelche fun facts sachen zu den voice actor aufnahmen und 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 das hatte ich bis jetzt wirklich immer das waren immer so kleine infostückchen war sich nie ein richtiges video gelohnt aber ich wird das vielleicht wenn jetzt der gameplay reveal kommt mit den genau anschauen analysieren das mit diesen vorhandenen informationen kombinieren und da dann mal schauen an welchem stand wir sind und in zukunft werde ich einfach dann mal schauen dass ich immer die vorhandenen nachrichten die sich dann über ein zwei drei vier wochen ansammeln mal zusammenfasse ich bin total gehypt ich freue mich wahnsinnig auf kcd2 ich bin auf die nächsten tage gespannt was da alles kommen wird kleiner dämpfer mit der verschiebung des release datums aber im großen und ganzen stört mich das nicht so sehr ob ich nun im dezember oder februar spiele ist nicht so wichtig wichtig ist dass sie sich die zeit nehmen um das spiel toll zu machen und da habe ich keinen zweifel dann vielen dank fürs zuschauen guckt auf jeden fall in nächster zeit rein eben wenn so viele neuigkeiten kommen und ich ein bisschen aufarbeiten werde und dann sehen wir uns dort bis dann